TV-Berühmtheit Sylvie Mais lässt auf einem neuen Foto bei Instagram tief blicken, ihre Fans sind völlig hin und weg. Ob das Supertalent, Let's Dance, oder Stepping Out, Sylvie Mais, 45, war in ihrer Karriere schon in etlichen TV-Formaten zu sehen und ist nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. In jüngerer Vergangenheit ist es diesbezüglich jedoch ein wenig still um sie geworden. Mit Ausnahme der RTLZWEI-Kuppelshow, Love Island, welche sie seit 2021 moderiert, trat die gebürtige Niederländerin zuletzt nicht mehr allzu häufig im TV auf. Sylvie Mais, Moderatorin lässt tief blicken. Ihrer Popularität scheint dies jedoch keinen Abbruch zu tun. Alleine bei Instagram hat Sylvie Mais rund 1,4 Millionen FollowerInnen und Follower. Stand, 9. August 2023. Die versorgt sie zwar eher selten mit Infos aus ihrem Privatleben. Dafür aber umso häufiger mit perfekt inszenierten Fotos, auf welchen sie sich stets top gestylt und modisch gekleidet präsentiert, und gerne mal auch etwas freizügiger. Ein neues Bild der TV-Berühmtheit, das sie am Mittwoch, 9. August 2023, bei Instagram veröffentlichte, sorgte nun mal wieder für mächtig Furore unter ihren Fans. Auf dem entsprechenden Schnappschuss fährt sich Sylvie Mais verspielt mit ihrer rechten Hand durch die Haare. Während sie dabei sinnlich in die Kamera guckt, aus ihrer Zeit als Model hat sie offensichtlich nichts verlernt. Abonniert hier unseren täglichen Star-Newsletter. Hinter der Pose scheint aber auch ein tieferer Sinn zu stecken. So sind ihre Haare nämlich offenbar das zentrale Motiv des Bildes, wie ein Blick auf die Bildunterschrift vermuten lässt. Bei einer guten Frisur geht es nicht nur darum, wie sie aussieht, sondern auch, welches Gefühl sie dir gibt. Schrieb Sylvie Mais hier. Die Moderatorin trägt auf dem Foto ein beige-weiß-gemustertes Kleid, bei welchem sofort der auffallend tiefe Ausschnitt ins Auge sticht, wodurch Sylvie Mais ziemlich tiefe Einblicke gewährt. Wirf hier selbst einen Blick auf den entsprechenden Schnappschuss von Sylvie Mais bei Instagram. In den Kommentaren zu dem Beitrag bei Instagram überschlugen sich die Fans geradezu mit Komplimenten für die ehemalige Let's Dance-Moderatorin. Wow, so hübsch und elegant, lobte ein Fan. Ähnlich äußerte sich auch eine weitere Anhänger. Siehst wunderschön aus. Ein dritter Follower geriet sogar richtig ins Schwärmen. Meine Beauty Queen.